Hey Snake Oil, mach doch mal was über Snake Oil Audio, also dieses richtige, was man besser nicht anfasst, dieses wirkliche Schlangenöl-Voodoo-Hifi. Wo sollte man vorsichtig sein? Ja, mache ich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ist aber kein ganz einfaches Thema, wie ich finde, weil es gerade in diesem Snake Oil Bereich viel Kram gibt, wo ich finde, das ist so auf der Grenze. Es gibt Produkte, wo ich sage, die funktionieren gar nicht, die sind aber relativ selten. Ich finde, viel aus dem Snake Oil Bereich sind Produkte, die einfach gnadenlos überteuert sind. Das ist für mich eigentlich eher so das Zeichen von Snake Oil und so weiter. Ich versuche es aufzudröseln und mal gucken, ob ihr mir da folgt oder nicht. Fangen wir vorne an. Ich nehme mal hier ein relativ bekanntes HiFi-Produkt, so ein MBL-Biegel-Schwinger. Da haben wir ein Teil, das einfach ganz anders konstruiert ist, als man es standardmäßig so kennt. Ja, völlig eigenständige Konstruktion. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der so etwas Ähnliches baut, aber eigentlich, ich kenne jetzt keinen. Ich sage mal, das ist ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmal. So, dann ist das ein Lautsprecher, der in 360 Grad einmal rundum abstrahlt. Das sehe ich relativ kritisch. Und dann steht da zu allem Überfluss auch noch ein Preis dran, wo man einfach mit dem Kopf schüttelt und sagt, aua. Ist das für mich Snake Oil? Nee. Nee, ganz klar ist es nicht. Weil das Ding funktioniert ja. Ich habe ja grundsätzlich erstmal einen Lautsprecher, der genau das macht, was der Entwickler beschreibt. Der sagt, der ist irgendwie sehr, sehr schnell, die besondere Räumlichkeit von dem Ding ist irgendwie sehr beeindruckend und so weiter. Und alles, was der Hersteller da so an klanglicher Beschreibung abgibt, trifft ja auf dieses Produkt erstmal zu. Ob man das dann mag, das ist eine andere Geschichte. Aber erstmal verkauft er dann nichts, was nicht das macht, was er auch sagt. Gleichzeitig, ich nehme jetzt nämlich speziell diesen Lautsprecher, weil jetzt war ja letzten Monat die HiFi-Messe in Tampa, Florida. Und da hat MBL halt auch vorgeführt. Und sehr, sehr viele Leute, die hinterher über die Messe berichtet haben, haben gesagt, beste Vorführung auf der Messe, MBL-Biegelschwinger. Ja, und dann sage ich, nee, das kann kein Snake-Oil-Produkt mehr sein. Obwohl es so ungewöhnlich konstruiert ist, obwohl ich diese Konstruktion nirgendwo anders sehe, obwohl da ein exorbitanter Preis dran steht und so weiter. Aber die Reaktion auf das Produkt von den Leuten, die es gehört haben und die Beschreibung des Ingenieurs, der das gebaut hat, das passt ja alles zueinander. Das ist für mich kein Snake-Oil. Das ist nur ungewöhnlich, ist aber nicht Snake-Oil. Ein anderes Ding. Lauschlappen. Ja, also so Lederlappen, die man sich hinter die Ohren klemmt, um dann besser HiFi zu hören. Ihr seht, ich mache jetzt den Sprung von wirklich Hightech zu absolut Low-Tech. Ist so ein Lauschlappen Snake-Oil. Und da sage ich, nein, man sieht natürlich aus wie ein Vollidiot, wenn man das aufsetzt. Aber besser hören tut man dann schon. Und ihr kennt das ja alle, wenn jemand von weiter weg einem wird zuruft und man hört nicht richtig, hat er jetzt gesagt, hält man sich selber die Handfläche hinters Ohr, um einfach die Ohrmuschel zu vergrößern. Und dann plötzlich hört man besser, was er da hinten erzählt. Und so ein komischer Lauschlappen macht genau das. Also natürlich auch der funktioniert. Ob man das dann aufsetzen möchte, ob man so Musik hört. Ja, ich habe jetzt natürlich so ein bisschen ins Kuriositätenkabinett auch gegriffen. Andere Frage. Aber grundsätzlich ist für mich kein Snake-Oil. Weil der Effekt, der beschrieben wird, der tritt ein. Viel schwieriger finde ich da andere Produkte. Eine Art von Snake-Oil, die ich tatsächlich öfter sehe und die ich, wo ich finde, das ist extrem schwer, die zu entlarven. Das schnallt man oft nicht direkt. Da ist ein Hersteller, der baut irgendein Gerät, sagen wir mal einen Verstärker. Und an dem Verstärker, da ist kein eigener Gedanke dran. Da ist, ich sage es mal, einfach nur irgendeine Elektorschaltung oder alte, keine Ahnung, Telefunkenschaltung oder irgendwas, was schon irgendwie seit 50 Jahren veröffentlicht ist oder 30 Jahren veröffentlicht ist. So, der nimmt diese Schaltung. Der rotzt die relativ lieblos zusammen. Also, der nimmt halt einfach so die Bauteile, die es gerade günstig im Angebot gibt und ballert die da drauf. Das ist also einfach so ein 0815-Produkt. Und dann wird da ein fancy Gehäuse drum gebastelt. Dann kommt da ein fancy Name drauf. Und, ich sage mal, dieses Produkt wäre vielleicht okay, wenn da jetzt, ich sage es mal, 1.000 Euro dran stehen würde. Wäre das vielleicht in Ordnung. Vielleicht wäre das auch für zwei noch in Ordnung. Aber da steht dann 20.000 Euro dran. Ja, und dann wird ein riesen Regentanz aufgeführt, um den Händler zu überzeugen, dass das jetzt das absolute Viva-Wurzel-Ding ist. Bei vielen Händlern funktioniert das natürlich nicht. Und die sagen, du hast ja nicht alle, mach dich vom Hof. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Händler, die auf genau so ein Ding reinfallen. Und da hat sozusagen jeder auch ein anderes Snake-Oil-Produkt. Nicht jeder, das ist übertrieben, das stimmt nicht. Aber, ja, wir haben schon alle irgendwie Leute, die einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sprüche ablassen. Und dann glaubt man denen das und überbewertet so ein Produkt. Und teilweise auch richtig, richtig maßgeblich. Also ich sage mal, ich habe jetzt gerade so einen Preissprung, habe ich mir jetzt ausgedacht. 2.000 wäre es vielleicht wert und er will 20.000 dafür haben. Das können auch noch krassere Sprünge sein. Und die Qualität ist eigentlich durch überhaupt nichts oder der Preis ist durch überhaupt nichts zu begründen. Und das Zeug spielt auch gar nicht so besonders gut. Der hat einfach nur den Hi-Fi-Händler total eingelullert mit seinem Produkt. Der Händler ist jetzt völlig überzeugt davon, dass die totale Gnade ist. Und jemand, der jetzt einfach mal so in den Raum reinkommt und den ganzen Regentanz nicht mitgekriegt hat, sagt, ja, spielt ganz okay, wir kosten da 2 Millilie, dafür würde ich das nehmen. Ja, nee, 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 das kostet 20, 30, 40, 50, keine Ahnung. Hörst du das nicht, wie toll das ist? Nee, höre ich nicht. Kommt irgendwie Musik raus, ja, spielt irgendwie ganz okay. Aber das spielt nicht für 20 okay. Ja, doch, doch, Wahnsinn. Boah, ist das gut. Boah, boah, boah. Und wie gesagt, dieser Effekt tritt nicht selten auf. Und man kriegt ja ein Gerät, wo tatsächlich auch Musik rauskommt. Der Snake Oil Faktor ist halt, das ist total überzogen. Ja, das ist halt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in ein Glas Wasser ein paar Minzblätter reinpacke und sage, das hilft gegen Krebs. Das ist so auf dem Niveau. Natürlich macht das irgendwie einen frischeren Atem und das ist auch ein positiver Effekt. Aber gegen Krebs hilft das nicht. Und so ähnlich sehe ich, da hätte ich der Vergleich hinkt, ne, aber so ähnlich sehe ich solche Produkte auch. Die versprechen was ganz, ganz tolles, ne, wenn da, ich sag mal, wenn da so ein Preis dran steht, dann erwarte ich einfach, dass ich von Haus aus in einer Qualitätsklasse bin. Also da darf mich jetzt ernsthaft was stören, darf mich an dem Gerät nicht mehr. Da muss ich eigentlich in einer Qualitätsklasse sein, wo wir nur noch über klangliche, über subjektive Geschmacksfragen sprechen. Da dürfen wir aber nicht mehr über Qualität sprechen. Und in so einer Preisklasse treten die an und, ja, die sind aber eigentlich eher so, ne, die wirkliche Leistung ist so im unteren Bereich. Wie kann man sich da vorschützen? Klar, ich meine, was natürlich direkt ein guter Indikator ist, ist, wenn man reinguckt und direkt sieht, was ist denn da drin verbaut. Okay, aber dann muss man sich natürlich mit dem Thema auch intensiver auseinandersetzen und so weiter. Ähm, wie kann man sich da sonst vorschützen? Einfach mal ein Standardgerät dagegen hören. Also irgendein Gerät, wo ich weiß, okay, pass auf, das ist ein günstiges HiFi-Gerät. Das ist für günstig ziemlich gut. Und das höre ich jetzt einfach mal im Vergleich dagegen. In der gleichen Kette und so weiter. Und hör mal, ja, dann wird ja direkt klar, okay, ist das wirklich eine andere Welt, dieses Produkt, über was wir da reden? Oder spielt das einfach nur ein bisschen anders, aber wirklich besser ist das nicht? Weil ihr versteht, was ich meine, wenn ich jetzt einen Verstärker habe, der in einer, sagen wir mal, ich nehme jetzt wieder so eine absurde Preisklasse, 20.000 Euro kostet. Den führt ja keiner mit 1.000 Euro Lautsprechern vor. Den führt ja keiner mit einem 1.000 Euro Plattenspieler vor. Sondern dann ist ja jedes andere Teil in der Kette, ist ja auch dann auf so einem Preisniveau. Wenn ich das mit einem 2.000 Euro Verstärker mache, klingt der ja auch plötzlich viel, viel besser. Ja, und um so einen Effekt auszuschließen, würde ich dann einfach irgendein Produkt daneben stellen, wo ich weiß, das spielt echt gut fürs Geld. Das ist für mich so ein gewissermaßen so eine Nulllinie, wo ich weiß, das ist ein seriöses Hi-Fi, wo ich weiß, das funktioniert. Und das stelle ich daneben. Und wenn das wirklich so gut ist, würde das Hi-Fi, was nur ein Zehntel kostet, sofort vom Tisch fegen. Aber wenn nicht, wenn man dann davor sitzt und sagt, ja Moment mal, ich höre jetzt hier gerade einen Verstärker für 1.000 Euro oder 2.000 Euro gegen einen für 20.000. Und irgendwie, ja, die klingen leicht unterschiedlich, aber ich würde jetzt bei dem für 20 nicht sagen, dass der besser klingt. Klingt ein bisschen anders. Ja, ja, okay, aber der klingt nicht nach einem 10-fachen Preis, also bei weitem nicht. Das relativiert so eine ganze Sache. Welchen Verstärker solltet ihr da als Referenz nehmen? Weiß ich nicht. Das müsst ihr entscheiden. Also das ist, ich sage es mal, ich habe ja letztens über Akkufase gesprochen. Das wäre für mich ein guter Vergleich. Einfach mal, stell mal einen Akkufase-Wolf-Verstärker daneben. Da weiß ich, das Ding spielt irgendwie gut, das macht irgendwie keine Sauereien. Da wird nichts Ungewöhnliches passieren und, und, und. Und lass mich den mal im Vergleich hören. Oder ich sage mal, eine Firma, die für relativ bezahlbares Geld Zeugs baut, die ich auch für sehr, sehr gut halte. Atoll zum Beispiel, diese französischen. Bauen irgendwie Spitzenprodukte, echt bezahlbarer Bereich. Und dann stelle ich das daneben. Und dann sage ich, okay, spielt das denn jetzt wirklich besser als so eine Atoll-Endstufe? Oder als so ein Akkufase-Voll-Verstärker und so weiter. Tut das. Oder es ist einfach nur ein Hauch anders und hat irgendeiner einen riesen Voodoo-Tanz aufgeführt, dass man da jetzt so einen Monsterpreis dran schreibt. Das, finde ich, ist für mich die am schwersten zu entlarvende Snake-Oil-Abteilung. Das ist aber meines Erachtens genau die Snake-Oil-Abteilung, die man am meisten antrifft und mit der am meisten Geld gemacht wird. Ich gehe jetzt mal wieder, ich mache wieder einen extremen Sprung, woanders hin. Klangschalen. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding. Da baut einer irgendeine, ich sage mal, so eine Obstschale aus Messing, Kupfer, irgendwas. Stellt die dann in den Raum. Und die hat dann so positive klangliche Effekte, dass man denkt, hui, so habe ich Musik ja noch nie gehört. Gibt es wirklich? Gibt es tatsächlich? Und das Zeugs ist auch getestet worden von diversen Testern, von diversen Zeitschriften weltweit. Und die schreiben teilweise, wow, Wahnsinn, unglaublich. Da habe ich jetzt so eine Messing-Obstschale auf dem Tisch stehen und ich erkenne meine ganze Stereoanlage nicht mehr wieder. So, und es ist natürlich schwierig zu sagen, ja, aber Moment, Snake-Oil, aber die hören ja alle einen Unterschied. Ist das jetzt bei allen Psychoakustik? Kann sein. Aber ich sage mal, Psychoakustik schließe ich immer dann aus, wenn Beschreibungen ähnlich sind von Leuten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und wie gesagt, wenn ich dann 20, 30 Testberichte habe vom ganzen Globus verstreut und die beschreiben den Klang ähnlich, dann finde ich, macht man es sich zu leicht, wenn man sagt, ja, ist alles Psychoakustik. Ich glaube, bilden die sich alle ein. Ich finde, da muss man der Sache ein bisschen tiefer auf den Grund gehen. Und für mich, wenn ich mir so ein Produkt angucke, ja klar, wenn ich jetzt, ich sage es mal, so eine relativ große Schale auf den Tisch stelle, die dann Schallwellen einfängt, was sie natürlich tut, was ja jedes Teil in meinem Hörraum tut. Und die fängt dann selber an zu schwingen. Und jetzt macht die einfach nochmal ein paar Töne dazu. Dann wird man die hören, diese Töne, die die dazu macht. Ja, klar. Die Frage ist, ist das jetzt dadurch besser geworden? Also, ich finde, man müsste dann hingehen und sagen, okay, ich stelle jetzt einfach mal, keine Ahnung, irgendeine Ikea-Obstschale daneben auf den Tisch, weil die wird ja auch irgendwie anfangen zu schwingen. Und da habe ich dann einen ähnlichen Effekt. Und dann kann ich anfangen, mich darüber zu unterhalten, welche Schale schwingt denn am schönsten. Ja, und das passiert halt nicht in so einem Test. Dass dann einfach mal jemand ganz doof sagt, ich stelle mal was anderes als Referenz daneben. Klar, wenn ich irgendein Ding habe, ich sage es mal, wie so ein Shaolin-Gong sozusagen die ganze Zeit da vor sich hin schwingert, dass sich dann irgendwie das Klangbild ändert. Das steht ja außer Frage. Die Frage ist, macht es das besser? Und da habe ich dann sehr, sehr, sehr große Bedenken. Dass ich irgendein Ding, was durch den Schall angeregt, selber vor sich hin schwingt, das jetzt irgendwie zur positiven Musikwiedergabe, äh. Naja, ja, mag man ja so empfinden, aber. Und spätestens, wenn dann an so einem Ding dran steht, soll es 2.000 Euro kosten. Ja, da wird es für mich dann schwierig. Ich finde, Snake-Oil-Produkte, der Preis ist für mich ein großer Faktor. Weil viele Sachen funktionieren ja, die ich als Snake-Oil empfinde. Die sind nur unglaublich überteuert. Ich will ein anderes Beispiel nehmen, wo bestimmt auch die meisten von euch Erfahrungen mit haben. Und das sind diese, 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 diese Unterlegplatten, diese Anti-Resonanz, Anti-Schwing-Gedödel. Ne, da gibt es ja irgendwie von allen möglichen Firmen, die da irgendwelche Anti-Vibrationsplatten machen. Und die soll man dann unter einen Verstärker, unter einen CD-Player oder sonst was stellen. Und dann klingt es besser. So, ist es Snake-Oil? Nein, ist es nicht. Es ist ganz eindeutig. Da gibt es auch irgendwie 100 verschiedene Hersteller, die sowas machen. Und es ist alles, alles tutti. Kann ich erklären, woher der Effekt kommt? Und ja, natürlich, auch da, meine Lautsprecher sorgen halt dafür, dass der ganze Raum genüsslich vor sich hinschwingt. Dann habe ich da irgendwie so ein 0815-IKEA-Regal aus irgendwie ein bisschen Presspappe irgendwie zusammengetackert. Das schwingt natürlich in jede Richtung. Und wenn ich meinen Verstärker die ganze Zeit beim Spielen durchrüttel, dass das den Klang nicht steigert, sollte jedem klar sein, weil ich da Induktionsströme mir bastle und so weiter und so fort. Ist nicht wirklich positiv, so ein Ding sollte relativ ruhig stehen. Entsprechend, wenn ich da jetzt irgendeine Entkopplungsplatte irgendwie bastle, wird das hinterher besser spielen. Das wird nicht der sensationelle Oberdurchbruch sein, aber das wird besser spielen. Das wird hörbar sein. Alles klar. So, und es gibt Leute, die nehmen so ein IKEA-Schneitbrettchen. Das ist ja so das Kult-Ding mittlerweile geworden, schlechthin. Und das funktioniert wirklich. Ich spiele euch hier mal kurz ein Video vor. Das sind IKEA-Schneitbrettchen. Der hat die nur angestrichen. Also ich spiele euch einen Ausschnitt aus dem Video vor. Bei dem ganzen Video sieht man, wie der die da anpinselt und macht und tut und so weiter. Aber den Effekt. Guckt euch den Effekt an. Ich habe das Volumen auf meinem Amplifieren geöffnet, so wir können das in der Video hören. So, wenn ich hier tapte, soll ich das Transmissionen von hier hören, zwischen dem Surface auf den Rekord Player, Plinth, und dann durch die Needle, und dann durch den Amplifieren. So, jetzt für ein paar Mal, ich werde es direkt auf den Plinth. Und wir können die Unterschiede. Ich meine, obviously, die feet auf den Rekord Player selbst, die Töne, 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 die Töne. Ja, also einfach nur Ikea-Schneidbrettchen aufeinander gestellt. Dazwischen hat er so Stahlkugeln noch stehen, zwischen den zwei Brettchen. Und ihr hört, bei einem Plattenspiegler vermittelt sich das natürlich besonders gut, dass da die Mikrofonie-Empfindlichkeit deutlich nach unten geht. Brutal einfacher Test, kann man auch nicht diskutieren. So, funktioniert. Für mich fängt Snake Oil da an, wenn mir einer ein Ikea-Brettchen für 2.000 Euro verkaufen möchte. Und bei 2.000 Euro ist ja noch nicht mal die Fahnenstange erreicht. Also da gibt es ja Leute, die dann nochmal deutlich teurer sind. Und die machen teilweise auch natürlich einen relativ großen Aufwand. Die bauen dann wirkliche Schwingungsdämpfer da rein und so weiter und so fort. Das ist alles gut und schön. Da kann man auch jetzt jeden beliebigen Aufwand machen. Das kann man auch massiv aus Aluminium fräsen. Das kann man auch aus, weiß der Geier, mit Elfenhaar umwickeln und weiß ich nicht. Und vielleicht mag das eine oder andere dann sozusagen nochmal besser werden. Aber jetzt mal ernsthaft. So eine Resonanz-Entkopplungsplatte, der Effekt ist da. Der ist hörbar, aber der ist relativ gering. Will ich da jetzt 10 verschiedene Entkopplungsplatten im Vergleich hören? Ja, in der Preisklasse von 5 Euro Ikea-Brettchen bis 15.000 Euro High-End-Gedächtnis-Entkopplung? Der will ich nicht. Ganz ehrlich, will ich nicht. So ein Ikea-Brettchen lasse ich mir gefallen. Stelle ich hin, Gerät drauf, suppi, funktioniert. Das kaufe ich auch mit irgendeinem Hi-Fi-Aufdruck für einen Hunni oder von mir aus für 200. Lass ich mir auch noch gefallen. Ist okay. Ja, aber dann, der hört es auf. Und dann habe ich einfach auch keinen Bock mehr, mir da irgendwelche, ja, die dann versuchen, nochmal das letzte Quäntchen vom letzten Quäntchen rauszuholen und da irgendeinen Fantasiepreis draufschreiben. Das ist für mich Snake Oil. Und ich sage jetzt nicht, dass man von so einem Hersteller, der das jetzt macht, über den Tisch gezogen wird. Von einigen schon, aber von anderen nicht. Einige bauen ja sowas und versuchen jetzt wirklich ernsthaft, das mit so viel Aufwand so gut wie möglich hinzukriegen. Ich sage mal, eigentlich, wie jeder Plattenspieler, Hersteller macht das ja auch. Ja, versucht da sozusagen seine einzelnen Holzbrettchen irgendwie möglichst gut voneinander zu entkoppeln. Und beim Plattenspieler akzeptieren wir das ja auch, dass dann verschiedene Preise da dran stehen. So, und ja, wenn einer so Entkoppelungsplatten baut, mit einem absoluten Monsteraufwand, dann ist klar, dass er die nicht zum Preis von einem Ikea-Brettchen verkaufen kann. Ich nehme das dem Hersteller überhaupt nicht übel, dass er das macht. Ich finde aber trotzdem, ich würde es trotzdem als Snake Oil bezeichnen, weil einfach der Preis, der an dem Produkt dran steht, und der klangliche Nutzen, das steht in keinem Verhältnis. Ja, mir hat jemand vor ein paar Tagen einen Kommentar unter einem Video geschrieben, und der hat gesagt, ja, du sprichst immer über Zeug, was so ewig teuer ist. Ich habe eine Anlage, die kostet insgesamt alle Teile 6.000 Euro. Und das ist für mich, ich bin normaler Malocher, das ist für mich eine Menge Kohle. Und der spricht mir aus der Seele. Also, ich kann das total nachvollziehen, diesen Kommentar. Ich finde den auch hundertprozentig richtig. Ich rede über diese Sachen, die so ultra teuer sind und so weiter, ja nicht mit dem, ihr müsst das kaufen. Ich sage jetzt nicht die ganze Zeit, irgendwie Kaufanlagen, also wenn eine Komponente unter 10.000 ist von Haus aus Kernschrott, das hört ihr von mir ja nicht, sowas sage ich ja nicht. Ja, nur ich muss einfach auch über solche Sachen sprechen, weil ich die ja mittlerweile im Hi-Fi immer mehr und immer öfter finde. Ich finde diese ganzen Preise einfach, die gehen in eine völlig absurde Richtung. Ich weiß, jetzt Corona, wir haben irgendwie Inflationsraten von geht nicht mehr und die ganzen Materialpreise werden im Stundentakt teurer und so weiter. Und natürlich schlägt sich das dann auch irgendwo nieder. Da begreife ich alles, ja, begreife ich alles. Aber wie gesagt, wenn ich dann irgendwelche Entkopplungsmatten, Ikea-Brettchen für einen Fünfer versus eine High-End-Entkopplungsmatte für 15.846 Dollar, da kratze ich mir am Kopf. Da muss ich einfach sagen, sorry, sorry, da bin ich raus, da mache ich nicht mehr mit. Finde ich einfach übertrieben, finde ich Banane. Und selbst wenn das aus Tragflächen von Boeing 747 gebaut ist, interessiert mich dann einfach nicht mehr. Das ist einfach, sorry, sorry. Der Aufwand, den ihr da betreibt, das müsst ihr doch selber auch mal mitkriegen, dass das einfach dann im Ergebnis, klar, so ein Entkopplungsding verbessert hat, aber nicht in dem Maße. So, was haben wir noch so an Snake Oil-Geschichten? Ja, Kabel, Kabel ist natürlich immer ein total dankbares Thema. Und grundsätzlich, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, man hört keine Unterschiede zwischen Kabeln. In keinster Weise. Nee, 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 nee. Ich propagiere schon, macht ordentlich Kabel an eure Stereoanlage dran. Die übertragen das Signal die ganze Zeit zickzack hin und her. Das sollte auch vernünftig sein. Aber ich sage nicht, das müssen Kabel sein aus Einhornhaar im Mondschein gewickelt. Wo dann irgendwie der Meter irgendwie 12.000 Euro kostet. Und dann nimmt man mal direkt so eine 100 Meter Rolle, falls mal ein Meter schlecht wird. Das propagiere ich halt genau nicht. Ich sage, macht ordentliche Kabel dran. Aber ein ordentliches Kabel kann trotzdem relativ bezahlbar sein. Das kann auch sehr bezahlbar sein. Das ist auch der mit der 6.000 Euro Komplettanlage, sich vernünftige Kabel überall dazwischen. Das muss nicht direkt mehrere hundert Euro pro Meter kosten. So, und genau da sehe ich halt viel Raum für Snake Oil. Und ich habe durchaus schon in meinem Leben eine ganze Reihe absurd teurer Kabel gehört. Da waren ein paar wenige dabei, wo ich sage, ja, die waren auch echt schlecht. Da stand ein völlig irrwitziger Preis dran. Dann habe ich gehört und habe gedacht, oh, das ist ja unterirdisch. Aber ich sage es mal, ich habe auch eine ganze Menge, und ich würde sogar sagen, die Mehrzahl. Die Mehrzahl der irrwitzig teuren Kabel, die ich gehört habe, war gut. War wirklich gut. War nur nicht so gut, wie der Preis, der da dran stand. Das ist halt der springende Punkt. Natürlich kann ich ein Kabel, mir einen vernünftigen Kabelaufbau machen, und das kann ich aus Kupfer bauen. Und dann kostet das, ich spreche jetzt einfach mal für die Tonne, das kostet von mir aus 10 Euro der Meter. Ja, und dann kann ich jetzt natürlich genau den gleichen Aufbau, genau das gleiche Kabel aus Reinsilber machen. Und dann kostet das nicht mehr 10 Euro der Meter, dann kostet das von mir aus 500 Euro der Meter. Einfach jetzt schon vom Material, was da drin versenkt ist. Und kann es sein, dass das dann einen Hauch besser spielt? Ja, das kann durchaus sein. Silber ist der bessere Leiter, das wäre möglich, ich will das nicht ausschließen. Klar. Aber ich habe einfach dann so viel Kohle in so ein Ding rein investiert, wo ich einfach sage, Autsch, Autsch, das bringt es nicht. So, wenn ich jetzt, wenn mein Job ist, dass ich mit der Schneeschaufel den ganzen Tag lang Hunderter in den Brennofen schaufel, dann kommt das natürlich auf so ein Kabel dann auch nicht mehr an. Da kann ich das natürlich auch kaufen. Aber ich spreche da natürlich so ein bisschen aus der Sicht von Leuten, die für ihr Geld noch arbeiten gehen. Die soll es ja geben. Und da fällt mir das schwer, das nicht als Snake Oil zu verkaufen. Auch wenn es gut ist. Das kann ruhig gut sein, aber es ist einfach so exorbitant teuer. Und vermutlich kriege ich auch Kabel, die, ich sage es mal, auch teuer sind, aber dann immer noch von diesen ultra, ultra bekloppten Dingern noch ein Zehntel kosten. Ich sage es mal, bei Kabeln, ich mache jetzt demnächst nochmal ein Video über Kabel, wo ich ja ein bisschen genauer darauf eingehe, wie so ein Ding aufgebaut sein muss und so weiter und so fort. Also sagen wir mal, eine Kabelfirma, die ich ganz gut finde, XLO, die nehmen es auch von den Lebendigen. Ich glaube, deren Top-Kabel kosten da auch irgendwie so ein normales NF-Kabel zwischen CD-Player und Verstärker. Ich weiß nicht, was die da heute für nehmen, aber zu meiner Zeit war das teuerste, irgendwie, ich glaube, 1200 oder so. Ich denke mal, bei dem heutigen Inflationsaufschlag wird das vielleicht 2 Millikosten, denke ich mal. Das ist jetzt natürlich für ein Kabel auch ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Das Ding spielt monster gut. Ja, tut es, keine Frage, das macht alles richtig, aber das ist auch brutal teuer. So, und jetzt gibt es aber eine Firma, die nimmt dann für das gleiche Kabel halt eben nicht 2, wie das XLO macht, sondern die nimmt 10. Und das spielt dann eben nicht mehr besser, weil das vernünftig gemachte XLO, das ist schon in der höchsten Klasse, das ist schon da angekommen, wo es einfach nicht mehr besser wird. Die haben schon irgendwie ultrahochreines Bla 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 Schwarz-Papel-Kupfer genommen und Tritra-Trula-Lala alles gemacht, was sie machen konnten. Die haben das schon maximal ernst genommen. Und haben noch einen Fantasie-Preisaufschlag oben drauf gehauen und kommen in so einer komplett absurden Kante an. Und jetzt denkt aber einer, ja, da muss ich aber nochmal einen oben drauf setzen. Und wie gesagt, verfünffacht dann schon einen komplett absurden Preis, der wird dann nochmal verfünffacht und das wird dann aber nicht mehr besser. Das ist zwar insgesamt gesehen vielleicht ziemlich gut, aber das ist eben nicht mehr besser. Und das ist für mich Snake Oil. Wie gesagt, ähnlich wie bei den Entkoppelungsplatten oder, naja, vielleicht haben die echt Materialaufwand betrieben. Vielleicht ist das irgendwie rein Gold, rein Silber, rein Beryllium, rein Vibranium, was weiß ich, irgendein Fantasie, Einhorn-Haar. Nennen wir das einfach Einhorn-Haar. Mag sein, dass das da drin ist. Und dass das einfach unglaublich teuer ist, das Material. Kann sein, ja. Aber da kommt einfach dann nicht dieser Umpf mehr. Und der Umpf mehr bezogen auf den Preis ist schon gar nicht. Und dann sage ich, auch wenn das funktioniert, Snake Oil, tut mir leid. Und jetzt könnten wir sozusagen den Schritt zurückgehen und sagen, ja, aber du hast doch am Anfang gesagt, hier mit dem MBL-Biegel-Sprecher, das Ding kostet auch eine Monster-Mark. Wieso ist das dann für dich nicht Snake Oil? Nee, weil das was anderes ist. Weil das Ding ist eine Konstruktion, wo von Haus aus klar ist, das ist nicht billig zu realisieren. Das kann ich nicht für 3,50 Euro bauen. Das geht nun mal nicht. Und das hat ein Klangbild, das komplett einzigartig ist. Ich finde keinen zweiten Lautsprecher, der so klingt wie der. Das kann man jetzt mögen, das kann man nicht mögen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde nichts zweites, was so ist wie das Ding, das hat eine technische Berechtigung. Und das ist in der Schiene gemacht, wo ich es nicht billig herstellen kann. Das geht nicht. Und deswegen finde ich, so was ist nicht Snake Oil. Ich finde auch, wenn zum Beispiel bei Verstärkern, ich sage mal so was jetzt wie Shindo, das ist sozusagen irgendeine uralte Röhrenschaltung, da ist das sozusagen schaltungstechnisch, ist da jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden worden. Aber der baut die Dinger auf mit Bauteilen, die es einfach nicht mehr gibt. Ja, Bauteile, die der einfach über, weiß ich nicht, Jahrzehnte gesammelt hat und dann irgendwann sich entschlossen hat, ich baue da jetzt mal Verstärker in absoluter Kleinserie. Von Hand. Ja klar, steht dann dahinterher auch ein tierischer Preis dran. Die Frage ist, wenn ich jetzt sozusagen irgendeine China 500 Euro 300b mir da aus dem Regal zerre und stelle die neben eine Shindo, spielt die dann genauso gut. Nee, und das tut sie eben nicht. Auch wenn das China-Ding echt gut ist, für 500 schon mal erst recht, ja, total klasse. Ne, aber so eine 20.000 Euro Shindo ist dann schon doch nochmal was anderes. Den Unterschied hört man auch sofort. Ne, ist das auch überzogen teuer für das Resultat? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ne, aber wie gesagt, ich fühle mich da nicht verharscht, weil der macht ja auch kein Hehl daraus, was der da tut. Ne, da sind halt einfach Bauelemente drin, die klangliche Vorteile haben, die aber seit 50 Jahren nicht mehr gebaut werden. Der hat davon irgendwie noch einen Karton voll und baut es da rein. Why not? Why not? Muss man das jetzt haben zum Musikhören? Nee. Eher nicht. Ne, da bin ich auch wieder bei dem, der sagt, ich habe 6.000 Euro für meine ganze Anlage. Da denke ich nicht über den Shindo nach. Da sage ich, hier, China-Amp, komm her. Ne, komm mal lecker bei mich bei. Und dann höre ich damit Musik und bin nämlich glücklich bis zum St. Nimmerleins. Weil auch das ist echt gut. Es gibt immer Leute, die wird auf die Spitze treiben wollen. Und natürlich sind die letzten paar Prozent auch immer unverhältnismäßig teuer. Das ist für mich noch nicht Snake Oil an sich. Nur wenn man dieses, die letzten paar Prozent werden unverhältnismäßig teuer, wenn man das dann auf die absolute Spitze treibt. Und immer weiter und immer weiter. Und ich könnte ja nochmal. Ne, ich habe jetzt hier so eine Anti-Resonanz-Platte. Die ist jetzt, die haben wir jetzt mal einen halben Meter dick gebaut. Und die wiegt jetzt irgendwie zwei Tonnen. Ne, und dann kommt einer und sagt, hör mal, was ist denn, wenn wir das Ding jetzt einen Meter dick machen und das wiegt dann vier Tonnen? Das wird dann bestimmt auch mal gnadenlos besser. Ja, und dann denke ich einfach nur so, Alter, komm, geh nach Hause. Geh nach Hause. Also jetzt, ne, so. Bei solchen Sachen fängt es dann an. Oder wie gesagt, eine Klangschale, die ich mir dann irgendwie auf den Wohnzimmer mache. Ja, die macht bestimmt irgendwas. Natürlich. Ich habe da jetzt einfach irgendwie ein relativ großes Ding, was so groß ist wie so ein, keine Ahnung, 30 Zentimeter Basschassis. Wenn ich da drauf klopfe, höre ich ja auch einen Ton. So, und das Ding stelle ich mir auf den Wohnzimmertisch und lasse meinen Bass daran anklopfen. Ja, klar macht das irgendwas. Irgendwas tut das. Aber ist das wirklich besser geworden? So. Anderes Ding, wo ja auch sich so die, 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 die Geister scheiden. Damit wollte ich eigentlich bei den Kabeln noch anfangen. Das sind so Stromkabel. Da hatte ich auch schon ein paar Mal in den Kommentaren. Was hältst du von diesen Stromkabeln? Ja, da halte ich gar nichts von. Also, ihr wisst, was ich meine. Diese unterarmdicken Stromkabel, die dann sozusagen vom Verteilerkasten bis zur Steckdose läuft irgendwie im Baumarkt Klingeldraht. Dann kommt das unterarmdicke Kabel von der Wand zum Verstärker und dem Verstärker geht es dann wieder mit Klingeldraht weiter. Aber der eine Meter, der reißt es jetzt aber voll raus. Und dann, nur um sicher zu gehen, hat man da auch das im Mondschein gewedeltste Kupfer drin verbastelt hat, muss der Meter Stromkabel dann aber auch mindestens 5000 Euro kosten. Keine Ahnung, denke ich mir jetzt gerade aus. Aber es gibt ja durchaus solche Extremdinge. Ich denke, das ist das Gagaland Deluxe. Das ist absolut Gagaland Deluxe. Auch da wieder, heißt das, dass ich alle audiophilen, in Anführungsstrichen, Stromkabel total behämmert finde, nein, tue ich nicht. Es gibt ja auch Hersteller, die hingehen und machen so ein Stromkabel und bauen dann sozusagen, nehmen dann so besonders wulstige, dicke Stecker und bauen dann Netzfilter in die Stecker ein. Die bringen jetzt nicht die Welt, aber so ein bisschen was tun die schon. Wenn ich so ein bisschen Störungen da oben rum aus meinem Strom irgendwie rausfilter, ist das nicht von Nachteil. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie schon ein richtig vernünftiges Netzteil und so weiter im Verstärker eingebaut habe oder vielleicht sogar einen Netzfilter mit im Verstärker drin habe, okay, dann wird der Einfluss sozusagen geringer werden natürlich von dem Kabel. Aber grundsätzlich kann man das machen. Oder man kann halt Kabel nehmen, die dann halt irgendwie mehrfach geschirmt sind. Weil natürlich ist das nicht gut, wenn jetzt irgendein Stromkabel dann in mein NF-Kabel reinbimmelt. Und teilweise liegen die ja dann doch irgendwie relativ eng aneinander, die Kabel und so weiter. Und wenn ich dann ein Stromkabel ordentlich geschirmt ist, dann ist das von Vorteil. Das ist für mich kein Voodoo. Das ist für mich völlig in Ordnung. Das geht schon klar. Nur das ist dann halt, wenn ich mir so ein Kabel nehme, das ist dann eben nicht unterarm dick. Weil das gibt es als Industrie-Shore ganz normal von einer 100-Meter-Rolle. Und das kostet halt eben nicht 5000 Euro der Meter. Das kostet dann doch erheblich weniger. Und ist das dann besser als das 1-Euro-Baumarkt-Kabel? Ja, mit Sicherheit ist das besser als das 1-Euro-Baumarkt-Kabel. Klar. Aber wie gesagt, das kann dann irgendwie ein paar Euro kosten, aber nicht in so absurden Dimensionen. So, auf der anderen Seite gibt es Netzfilter. So richtige Vorschaltgeräte sozusagen vor der Stereoanlage. So sind die Voodoo. Ich habe jetzt irgendwie vom Elektrowerk zum Verteilerkasten im Haus und dann zickzack geht dann der Strom, aber dann da muss ich nochmal schwer filtern. Ja klar. Ja sicher. So funktioniert ein Filter, dass man den einfach an irgendeiner Stelle einbaut in seiner ganzen Kette und alles, was da so angeschwommen kommt an toten Fischen und so weiter, wird halt dann da in dem Filter bleibt es dann halt hängen und geht dann halt nach dem Filter nicht weiter. So funktioniert genau jeder Filter. Das ist doch egal, wie viel Kilometer Leitung dann davor ist. So und bei den, bei diesen Netzfiltern gibt es vernünftige Sachen, wo ich sage, ja das ist total real gemacht, die sozusagen innerhalb des Filters quasi wieder ein komplett neues Stromnetz aufbauen. Das ist ein bisschen jetzt in Anführungsstrichen. Aber so, ich sage mal jetzt gerade in Amerika, die haben ja bekanntermaßen ein ultraschlechtes Stromnetz. Den fehlen ja tagsüber teilweise 10 Volt in ihrem Stromnetz. Und dann hat man einen Netzfilter davor, der das erstmal alles wieder auf ein vernünftiges Niveau bringt, das dann aus dem Netzfilter, obwohl nur 100 Volt reingehen, kommt trotzdem 110 wieder raus. Mit ein paar Ampere weniger natürlich, das ist logisch. Aber so, und dann sind erstmal meine ganzen Ruhepunkte von meinen Verstärkern wieder da, wo sie hingehören. Wie derjenige, der das Ding entwickelt hat, das auch mal irgendwie geplant und eingestellt hat. Macht sich das positiv-klanglich bemerkbar? Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Und dann gibt es ja auch Leute, die dann irgendwie sagen, ja, das begrenzt mir aber alles irgendwie die Dynamik und so weiter. Ja, natürlich. Natürlich tut das dann. Wenn ich da 2000 Watt Monoblöcke dran habe und ich brauche die auch, um mal mit 75 dB Musik zu hören. Klar, dann begrenzt das. Aber wenn ich da eine 50 Watt Endstufe dran habe, die schon so laut kann an meinem Lautsprecher, das mir das Blut aus den Ohren spritzt, dann begrenzt das von der Dynamik mal gar nichts. Das kann ein vernünftig gemachter Netz Filtershow. So, und dann gibt es aber natürlich auch genau die gleiche Abteilung, wo man mehr oder weniger eine leere Kiste kriegt. Ja, das ist dann Snake Oil natürlich. Aber man kann das schon ordentlich bauen. ich finde, die meisten Hersteller, die sowas tun, sind auch seriös und bauen da auch irgendwie reelle Netzfilter, wo dann auch wirklich was passiert, was man auch ganz klar nachweisen kann und auch messtechnisch sehen kann. Guck mal hier, da ist die Spannung, die wir vorher hatten, da ist die Spannung, die wir hinterher hatten, das sind die Störanteile, die wir vorher hatten, das sind die Störanteile, die wir hinterher hatten. Ist das der große klangliche Durchbruch? Nein, ist es nicht. Das sind alles so klangliche Größenordnungen, die ähnlich sind wie ein Ikea-Schneidebrettchen. Aber wenn ich davon natürlich zehn Stück hintereinander habe, liftet es schon das Gesamtniveau an. Ich weiß, ich habe mal vor einigen Jahren bei einem Bekannten gesagt, hey, komm doch mal bei mir zu Hause vorbei, hör doch mal meine Anlage an und so weiter. Und ja, und der hatte so richtig so einen, ich sage mal, sehr durchschnittlichen Lautsprecher, den ich auch schon tausendmal irgendwie gehört habe, wo ich gedacht habe, ja, der ist nicht schlecht, aber der ist aber auch nicht besonders gut, der ist so, ja, das ist irgendwie okay, macht mal nichts mit verkehrt. Und dann hatte der da irgendeinen japanischen Gurkenverstärker irgendwie dran, auch nicht richtig schlecht, aber auch absolut nicht gut, Standard-CD-Player und so weiter. So, und das Einzige, was er gemacht hat in seiner Kette war, überall darauf geachtet, auf die Phase von den Steckern, alles auf vernünftigen Platten entkoppelt, ordentliche Kabel dazwischen, nicht irgendwie Ultra-Ultra-Hand, aber alles irgendwie ordentlich, geguckt, dass sich da keine Stromkabel mit Signalführenden Kabeln überkreuzen, Lautsprecher vernünftig auf Spikes und so weiter und so fort. Das hat einmal so komplett durchgezogen, einmal alles an Kleinigkeiten, was man machen konnte. Das war mir nicht bewusst. Ich komme da so rein, setze mich da hin und er sagt, so, jetzt hör mal. Und dann höre ich mir das an und denke, wow, so gut habe ich den Lautsprecher noch nie gehört. Ich habe gedacht, ich kenne den. Ist das wirklich der Sony, der treibt das an, der 500 D-Mark Sony-Verstärker, ehrlich? Ja. Und dann hier einfach so ein 1000-Mark CD-Player davor. Das macht das hier? Ja. Uff. So, dann hat er mir das gezeigt. Nein, guck mal hier, da, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das, das, das. Und das war einfach die Summe der Kleinigkeiten, die sich echt aufgeschaukelt hat, wo ich dann vor einer Anlage gesessen habe, mit echt durchschnittlichen Zeugs, wo ich gedacht habe, boah, das klingt aber echt gut. Das klingt aber echt gut. Aber einfach, weil der jede Kleinigkeit gemacht hat. So, und so sehe ich das halt irgendwie auch. Ich würde nicht da irgendeine Unsumme für ein, so ein, für eine Tuning-Maßnahme ausgeben und dann erwarten, da geht jetzt aber die Sonne auf, jetzt ist alles anders. Nee. Dafür sind diese, diese Effekte bei allen Teilen relativ klein. aber die Summe der Dinge, das einfach konsequent durchzuziehen, das macht es. Und ich glaube, wenn man das getan hat, kann man am Schluss sogar eine Klangschale auf den Tisch stellen, die macht es einem dann auch nicht mehr kaputt. Am Ende ist das so gut, dass man sich selbst eine Klangschale leisten kann. Ja, es gibt natürlich noch so ein paar richtig absurde Sachen, die habe ich jetzt aber im Netz tatsächlich nicht gefunden. Es gibt ja noch so irgendwie klangabsorbende Lichter und so ein Kram. Ja gut, okay. Ich glaube, darüber brauchen wir dann tatsächlich nicht reden. Ich glaube, das ist dann auch jedem klar. Ein klangabsorbendes blaues Licht ist natürlich irgendwie der Ober Kokolores und ich höre mir auch nicht 50 verschiedene Spikes gegeneinander an. Also da setzt es für mich auch aus, ein Spike macht, was ein Spike macht und ob der jetzt irgendwie aus Stahl ist oder ob der jetzt irgendwie aus Messing ist oder ob der jetzt aus Holz ist von mir aus, ist mir am Ende des Tages egal. Ein Spike macht, was ein Spike macht. Oder ich sage es mal, viele gehen ja hin, wenn man so kleine Regalboxen hat, dass man dann relativ schwere Lautsprecherständer nimmt und die am besten auch noch mit Sand befüllt oder so ein Kram machen ja viele, dass die dann in sich nicht noch bimmeln können. So und dann wird der Lautsprecher oben, ich sage mal, da gibt es ja so zwei Fraktionen, die einen stellen dann oben auch noch mal Speichs drauf und packen den Lautsprecher drauf und die andere Fraktion, zu der gehöre ich jetzt eher, sagen, nee, ich habe mir jetzt so einen schweren, massiven Ständer da gebastelt, der nicht schwingt, jetzt klebe ich den Lautsprecher da oben drauf, dass er sozusagen von der Masse des Lautsprecherständers da profitiert. Ne, so und, also damit irgendwie zum ablösbaren Knetgummi-Zeugs. So und da gibt es natürlich Leute, die hören dann verschiedene Knetgummi-Dinger gegeneinander. Ob jetzt irgendwie Blutec besser ist als weiß der Geier hier, wie heißt das deutsche Zeugs, wird man da an der Wand klebt, was man hinterher wieder abmachen kann, keine Ahnung. Also da geht es mir zu weit, da habe ich auch keinen Bock drauf auf so einen Blödsinn. Für mich ist das eine grundsätzliche Frage, stelle ich den Lautsprecher dann auf Speix auf den Lautsprecherständer oder klebe ich den fest? Oder ist es mir einfach egal und ich mache da drei Viertelsfüße drunter und sage fertig, Hauptsache der ist auf Ohrhöhe. Und ja, ich würde sagen, der Hauptdurchbruch hat stattgefunden, als man den Lautsprecher, den Regallautsprecher vom Boden hochgehoben hat und überhaupt erst mal auf den Lautsprecherständer gestellt hat. Ob der dann Sand befüllt ist, auf Spikes steht und und und. Das ist dann alles so eine untergeordnete Rolle. Und wie gesagt, um dann im Detail nochmal nach dem Detail des Details zu suchen, das ist, ich glaube, dafür muss man so ein spezieller Menschentyp sein, der ich nicht bin. Also ich möchte einfach, dass das grundsätzlich funktioniert. ich möchte einfach auch grundsätzlich ein Stück weit nachvollziehen können, warum es funktioniert. Weil jetzt da irgendwie so der technische Background davon ist. Ich weiß, wir können nicht immer alles erklären. Ich weiß, wir haben auch teilweise Erklärungen, die technisch eigentlich nicht so richtig stimmen. Ist mir alles klar, aber zumindest muss es da irgendwie, da muss es so eine logische Gedankenverknüpfung geben können. Dass man irgendwie sagt, ja, das scheint irgendwie da und daran zu liegen. Ich sehe diesen Effekt, der immer irgendwie immer wieder auftaucht und so weiter und so fort. Da scheint irgendwas sozusagen im Busch zu sein und so. Also zumindest so eine vage Vermutung, die möchte ich dann schon haben. Und wenn mir einer sagt, ich habe hier eine Lampe, die macht blaues Licht und die filtert dir die stinkigen Frequenzen aus deinem Plattenspieler raus, dann denke ich dann nur so, ja, nee, ist klar, ist schön, ich wünsche dir auch weiterhin noch alles Gute. Aber wie gesagt, das ist für mich gar nicht mal das Haupt Snake Oil. Das Haupt Snake Oil verbirgt sich sozusagen in Produkten, die von Haus aus erst mal funktionieren. Finde ich, ist mein Eindruck. Schreibt ihr immer was drunter eure kuriosesten Geschichten, die ihr so zum Thema Snake Oil gehört habt und gesehen habt, wo euch Leute so ganz kuriose Sachen verkaufen wollten und andrehen wollten. Da bin ich schon irgendwie sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da gibt es, ich glaube, da werden die Kommentare mindestens so lustig wie mein Video. Ich glaube, das Kuriositätenkabinett ist da schon ordentlich groß. Okay, so, jetzt reicht es aber auch wieder. In dem Sinne, bleibt mir gewogen und natürlich Glück auf!